leider nicht schon wieder weg immer raus ja das kann man das irgendwie beenden ja ja du kannst natürlich den kreis drückt jetzt weil das wäre schon wieder das mit dem cargo bock gewesen ich hab's gesehen ich mache was neues also das ganze so da ich mein auto ja ich denke so zwei drei missionen und dann soll das heute wieder gut sein material material ich sollte mal ein bisschen geld einsahen internet wo das bank mit 60.000 auf der hand mese bank da einzahlung alles ja damit wir nicht irgendwer wieder irgendeine scheiße anrät martin das bist nicht du ich lade gleich ein können nur ist gut der lieblings gegner von jedem video ist spieler oder es wird jetzt habe ich dich eingeladen ja ich weiß auch noch bis alle du kommt jetzt entführt jetzt ja ich weiß nicht was uns erwartet aber fährt er überhaupt oder steht er der fährt okay so müssen gas geben jetzt das heißt wir dürfen die nicht schießen verfahren auf die reifen zu schließen nur bei mir dem auto juckt mich das nicht ob die reifen schießen oder nicht er hat das ding ist komplett gepanzert der macht ja nicht kannst du mal zwischendurch die karte verfolgen immer wieder die markenpunkte neu sitzen schaffst du das dann kann ich versuchen damit ich weiß wie ich fahren muss aber ich gehe nach meinem stein weg machen das ist das problem ja warte ich kann nicht ich weiß nicht aber ich kann dir sagen wo lang ja gut der fährt jetzt auf die ganz ganz außen links auf diese autobahn raus wo du weißt du was ich meine nee ich kann sich gucken weil der in der zeit wo ich gucke da wird dort sagt mir bitte die wege an weil er gerade aussehen bei der pistole links dann bei der pistole links ja also hier jetzt ja warte mal der ist da oben ne ja der ist da oben dann ist er hier hier wieder links genau und dann wird zurecht dann einfach der straße folgen sozusagen warte mal ich bin gerade ein bisschen oder vorder ja ja das ist die gleiche mission wo das boot her kommt genau wie wir wissen von der straße das und so wie das boot fährt so habe ich jetzt der fährt rechts runter das boot der links ja es kommt ja von hier rechts ja rechts jetzt das ist mal ob ich den dran bleiben kann ich habe dass ich sehr viel zeit wieder verloren ich habe mich schon wieder auf der weg ist das ist schon ja wohl geht ich habe mich schon auf der web ja ja der verkehr ist auch nicht ganz einfach gerade der verkehr ist nie einfach wie das war ich nicht aber jeder ist gerade auch nicht träffig ich habe ihn schon da hinten ist jetzt wirst du das weg da das wirst du dir hier sein oder der minivan der minivan ist das ja ich weiß nicht ob ich irgendwas erwischt von dem ich will eigentlich die reifen zu erschießen ja den fahrer den habe ich schon weg den habe ich erwischt so der fahrer jetzt ist er tot jetzt steht er warte warte lassen einsteigen ja wird schon dann ich habe schon gesehen dass er ausgestiegen ist ja ja ich weiß ja alles gut kriegen wir sind ja gepanzert eigentlich sollte eigentlich wenn er wenn die nicht alle so stehen bleiben würden so plötzlich wird der ist nämlich richtig plötzlich denken ja normalerweise solltest du dir eigentlich abhängen können die kommen ein paar anfang vorne aber geht schon irgendwie das haben wir drückt ist du hart loch der habe ich aber gut genommen der typ ich habe zu von hinten schießen weil wir haben ein an der backe kleben und ich hätte gar nicht los weil ich dir auch nicht helfen kann weil ich mit dieser fahrung konzentrieren will weil die schieße die schießerei ich bin der ganze verkehr hier nämlich verrückt sehr gut vier und halb kilometer da ist noch einer bräge lieber zu den laden jetzt haben wir mal ein bisschen luft hoffentlich aber im verkehr in der stadt wird es ein bisschen schlimmer werden das ist jetzt hier nur auf der autobahn so krass gewesen ja ich glaube wir haben zu los na Mosiers die 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 a das die wenn es jetzt nichts weiter dramatisch ist erwartet sollten wir das eigentlich geschafft haben und ich erwarte noch mal ein paar gegner am zielort wir sind das hier auch noch gut gemacht weiß nicht dramatisch viel willst du noch eine machen oder aufhören auch noch eine ok gut eine casino mission ok mit einem anderen